und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von der forest ich will jetzt ein bisschen was zu suchen die falle die ich gebaut habe da werde ich die ein bisschen reinlocken in die falle ich will dass sie zuschnappt die falle und 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 ich versteh diesen riesen anker da noch nicht es 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 So, jetzt holen die Rache Jetzt laufe ich da vorne, weil es gibt mehrere Völker Und da vorne gibt es noch einen Volk Ach, da vorne, okay, Moment Ne, das war nicht der Richtige Mach mal den nach vorne Den nennt man Speer Wenn da nicht zurückkommen, kommen alle anderen Wahnsinn, bewegen die sich schnell, Digga Ja Bad boys, bad boys, what can you do, Manni, come on, you. Okay, it's the winner, guys. Okay, it's the winner, guys. seltsam ich glaube ich bin im baunen dorf weiter oder was neues auf und ein kannibal mit langmännlich und ich kann aber nicht die treppen hochgesprungen und ich habe und ich 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 kann kann die wahl in der klopse ich 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 geek und ich 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 sind das viele hier ja war war sind das viele Wow Boah Boah Okay Ich finde das Verhalten von denen sehr lustig Nun bin ich auch so still, weil Ich beobachte alles Schau Ja Ah Aha Mhm Mhm Ich hätte gerne da drinnen noch ein paar Kannibalen, Mann Mhm 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 Agh Eingeffallen Jetzt kommen richtig viele Es sind richtig, richtig, richtig viele Was los ist mit dieser Falle? Aber noch geiler wäre es da drin eine Tarantula zu haben Was ist mit dieser Falle? Hm, das sieht so lustig aus, Digga Hm Die spawnen die eigentlich irgendwann mal? Was sind drei? Genau drei, jetzt sehe ich es erst Was ist mit dieser Falle? 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 Da kommen noch mehr Guck wie viele da kommen, Digga Wahnsinn Immer hier so Immer hier und hier Wisst ihr was ich machen will? Ich will so viele wie möglich in diesen Käfig rein Wenn nur sechs oder sieben Stück drin sind mindestens Wenn nicht mehr Gehe ich da rein und fighte ich mit denen Und das ist der ultimative Fight dann Eins, zwei, zwei, drei Da hinten Ja 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 Ich hab'n ganz schön viel Energie Ich hab'n ganz schön viel Energie Viel Stück gleich Viel Stück gleich Wie es aber weiter geht seht ihr dann in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Dann sind wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dann Ciao